In Hideo Yamamatos Manga Humunculus erlangt der Hauptcharakter Superkräfte, nachdem er sich ein Loch in den Schädel bohrt. Leute, wenn's so einfach ist, worauf warten wir eigentlich noch? Avengers, ich komme! Heute geht es um den Manga Humunculus und er hat mit Abstand den abgefucktesten Hauptcharakter, den ich jemals in einem Manga gesehen habe. Und das liegt überraschenderweise nicht daran, dass er eine Vorliebe dafür hat, sein eigenes Sperma zu essen oder in der Fötalhaltung zu schlafen. Nein, es liegt an seinem toxischen und schadhaften Verhalten gegenüber anderen Menschen. Macht euch also bereit für einen tiefen Einblick in einen Psycho-Horror-Manga, den ihr so schnell nicht vergessen werdet. Um was geht es eigentlich in Humunculus? Der Obdachlose Susumu Nakoshi ist eine gescheiterte Persönlichkeit. Er hat seinen Job bei einer Versicherung verloren und lebt seitdem in seinem Auto. Seine Freizeit verbringt er damit, mit seinem Auto durch die Gegend zu fahren oder mit den anderen Obdachlosen rumzuhängen. Sein Leben verändert sich, als ihn eines Tages ein Medizinstudent anspricht und ihn für ein Experiment anheuern will. Er will bei ihm eine sogenannte Trepanation durchführen. Bei diesem Eingriff wird ein Teil des Schädelknochens chirurgisch entfernt. Der Student hat die Theorie, dass durch diesen Eingriff die menschliche Leistungsfähigkeit erhöht werden kann. Weil Nakoshi dringend Geld für sein Auto braucht, willigt er ein. Die Operation gelingt und kurze Zeit später beginnt Nakoshi bereits seltsame Dinge mit seinem linken Auge zu sehen. Die Menschen, die er sieht, verschmelzen zu bizarren Wesen. Später stellt sich heraus, dass es sich dabei um sogenannte Humunculi handelt. So Leute, an dieser Stelle habe ich mir überlegt, ob ich die lange und komplizierte Erklärung des Begriffs Humunculus einbauen soll oder ob ihr dann alle abschaltet. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es mir völlig egal ist, ob jetzt alle dieses Video verlassen. Ich habe das nicht umsonst recherchiert. Was ist eigentlich ein Humunculus? Diese Frage ist komplexer, als ihr vielleicht denkt. Auf YouTube findet ihr zahlreiche bizarre Videos, in denen Menschen ihre Körperflüssigkeiten, und ja, damit meine ich Sperma und Blut, in rohe Eier injizieren und die danach dann ausbrüten. Und am Ende kommt dann ein Humunculus dabei raus. Das ist aber gar kein Humunculus. Ein Humunculus ist per Definition nämlich einfach ein kleiner Mensch. Am häufigsten taucht er als Diener oder Sklave im Okkulten auf. Und so seltsam es klingt, ein Minion würde prinzipiell als Humunculus durchgehen. In der Philosophie spricht man über einen Humunculus, wenn es um selbstbestimmte oder fremdgesteuerte Wahrnehmung geht. Da gibt es zum Beispiel die Theorie, dass in eurem Gehirn ein kleiner Mann sitzt, also ein Humunculus, und der wertet alle Eindrücke aus, die ihr mit eurem Auge aufnehmt. Und der leitet das dann gleich weiter an euer Gehirn. Der Kontext, der für uns interessant ist, ist der Humunculus aus den Neurowissenschaften. Wissenschaftler haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass spezifische Areale im Gehirn für gewisse Empfindungen im Körper verantwortlich sind. Also wenn ihr ein Glas Wasser trinkt, dann ist eine bestimmte Region im Gehirn dafür zuständig, wie sich das Wasser an euren Lippen anfühlt. Dabei hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel die Hände oder Lippen besonders große Areale im Gehirn ansprechen. Visualisiert man diese Region und erstellt daraus einen maßstabgetreuen Menschen, dann käme dabei so eine Figur heraus. Und diese Figur nennt man Humunculus. Ihr seht, der hat sehr große Hände, weil eben auch die Region im Gehirn sehr groß ist, die für das Empfinden und Steuern der Hände verantwortlich ist. Es ist ja alles schön und gut, aber was genau hat das denn jetzt mit dem Manga zu tun? Ganz einfach, durch die Trepanation kann Herr Nakoshi jetzt den Humunculus jedes einzelnen Menschen mit seinem linken Auge sehen. Wenn Herr Nakoshi sein rechtes Auge schließt, dann sieht er das hier. Aus scheinbar normalen Menschen werden seltsame Gestalten. Wir erinnern uns an die Figur des Humunculus mit den riesigen Händen und Lippen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es möglich wäre, das Gehirn zu visualisieren, also mit dem bloßen Auge, wobei die aktivsten Regionen am deutlichsten ausgeprägt sind, dann sind wir schon verdammt nah an dem dran, was Herr Nakoshi da sieht. Durch die Trepanation hat er die Fähigkeit erhalten, das wahre Wesen der Menschen zu sehen. Interessant ist, dass einige Menschen vollkommen normal erscheinen, andere aber nicht. Das liegt daran, dass nicht jeder Mensch einen verzerrten Humunculus hat. Der Humunculus repräsentiert die Träume, Wünsche, aber auch die Traumata der Menschen. Wenn diese so ausgeprägt sind, dass sie eine besonders große Region des Gehirns überdecken, wird der Humunculus sichtbar. Dieser Typ hat zum Beispiel Wolken um den Kopf, weil er sich wünscht, größer zu sein. Dieser Mann begehrt andere Frauen und diese Frau hier fühlt sich eingeschlossen und angekettet. Ich erkläre euch das anhand eines Beispiels. Im Manga stößt Herr Nakoshi auf einen Yakuza-Boss. Der Humunculus des Yakuza-Boss sieht aus wie ein Roboter. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man aber, dass in der Metallrüstung ein kleiner, weinender Junge steckt, der sich ununterbrochen mit einer Sense seinen kleinen Finger abschneiden will. Dieser Roboter ist der Humunculus und damit eine Visualisierung eines Traumas. Herr Nakoshi spricht den Yakuza-Boss auf seinen kleinen Finger und den Jungen in der Roboterrüstung an, wodurch dieser plötzlich anfangen muss zu weinen. Herr Nakoshi rüttelt dadurch ein Trauma aus der Kindheit des Yakuza-Bosses auf. Jetzt gibt es eine kurze Exkursion in die Psychotherapie, denn verdrängte Traumata haben sich aus dem gefühlten Bewusstsein abgespalten und müssen genau dorthin zurückgeholt werden. Erst dann kann man sie bewältigen, sie neu durchleben und eben auch damit abschließen. Und genau das passiert auch dem Yakuza-Boss im Manga. Die Roboterrüstung beginnt schließlich zu bröckeln und abzufallen. Es stellt sich heraus, dass der Yakuza-Boss einem Kindheitsfreund bei einem Unfall den kleinen Finger abgeschnitten hat. Die Schuldgefühle verfolgen ihn bis heute und waren auch der Grund, warum er ein Gangster wurde. Die Yakuza sind dafür bekannt als Machtbeweis oder Strafe, die kleinen Finger ihrer Untergebenen abzuschneiden. Durch seine Erlebnisse als Kind, in der er unabsichtlich den kleinen Finger seines Freundes abgeschnitten hat, wurde er zum Yakuza. Zu dieser ultimativen Erkenntnis erlangt er im Laufe des Gesprächs mit Herrn Nakoshi. Die ultimative Erlösung findet der Yakuza-Boss schließlich darin, sich seinen eigenen kleinen Finger abzuschneiden und seinem Gangsterleben den Rücken zu kehren. Nachdem er all das durchlebt hat, ist sein Homunculus verschwunden. Das ist ja fantastisch. Herr Nakoshi, das ist eine Art super Psycho-Doc, der anderen Leuten dabei hilft, ihre Traumata zu bewältigen. Das ist ja wunderbar. Aber Moment mal, ich hatte euch doch gesagt, dass es in diesem Manga um eine Person geht, die extrem verkommen ist. Lasst mich das euch mal erklären. Das Problem mit Nakoshi ist, dass er ein zutiefst gestörter Mann ist. Er hat so viele innere Dämonen, dass er der denkbar schlechteste Mensch ist, um anderen zu helfen. Und jetzt tauchen wir mal so richtig tief in die Interpretation von Homunculus ein. Zum Kontext. Nakoshi hatte eine Gesichtsoperation, weil er ein extrem hässlicher Mensch früher war. Zumindest stellt er sich selbst so dar. Und das ist übrigens auch ein Knackpunkt bei dem Manga. Die Geschichte wird uns von Nakoshis Perspektive erzählt und er legt sich die Wahrheit immer so zurecht, wie es ihm am besten passt. Zum Beispiel verdrängt er die Tatsache, dass er früher ein hässlicher Mann war, für den Großteil des Mangas komplett aus seinen Erinnerungen. Er kann sich nicht mal mehr genau daran erinnern, wie sein Gesicht wirklich aussah. Und von so jemandem sollen wir erwarten, dass er über die Vergangenheit eine objektive Auskunft geben kann? Schwierig. Aber das ist noch nicht alles über seine Vergangenheit. Nakoshi hat so sehr unter seinem hässlichen Gesicht gelitten, dass er sich angewöhnt hat, mit gesenktem Kopf durch das Leben zu gehen. Alles, was er wahrgenommen hat, waren seine Füße. Um das alles zu kompensieren, hat er damit angefangen, seinen Körper zu trainieren und sich in seine Studien zu vertiefen. Er schaffte es auf eine gute Universität und bekam auch einen guten Job. Doch das reichte ihm nicht. Er beneidete die reichen Leute, die mit hübschen Frauen verkehren. Obwohl er diese Art von Frauen, also die Schönen und Reichen, begehrt, hasst er sie aber gleichzeitig abgrundtief. Denn er wirft ihnen vor, dass sie ihn nie als das wahrgenommen haben, als was er sich selbst wahrnimmt. Nämlich als Mensch. Einen guten Mensch. Wie er selbst sagt, sie haben nur sein hässliches Gesicht gesehen, aber nie sein wahres Herz. Doch er lernt dann tatsächlich eine Frau kennen, die ihn genauso liebt, wie er ist. Trotz seines hässlichen Gesichts. Eine Frau, die durch Zeichnungen den wahren Kern von Menschen visualisieren kann. Sie schaut auch in sein Herz und zeichnet ihn als Wolken. Also etwas Pures, etwas Vollkommenes. Nakoshi scheint glücklich zu sein, aber es gibt ein Problem. Diese Frau ist nämlich mindestens so hässlich, wie er selbst. Vielleicht ahnt ihr schon, wo das alles hinführt. Das Glück scheint perfekt zu sein, aber Nakoshi beginnt damit, anderen Frauen hinterherzuschauen. Er beneidet immer noch die reichen Geschäftsmänner, die mit hübschen Frauen und viel Geld ihr Leben verbringen. Er erträgt es nicht, dass seine Freundin so hässlich ist und ihn damit runterzieht. Ich meine, schaut euch mal diese Panels an. Die drücken schon sehr deutlich aus, wie sich Nakoshi gefühlt haben muss. Er hat Sex mit ihr und hält ihr dabei das Gesicht zu. Er träumt davon, dass die gut aussehenden Frauen, die ihn sein Leben lang wegen seiner Hässlichkeit ignoriert und gemieden haben, doch endlich erkennen müssen, was für ein toller Kerl er ist. Er fragt sich, warum erkennt das nur diese hässliche Frau? Diese Frau, die aus einem Loch zu mir aufblickt und eigentlich hätte ich doch etwas viel Besseres verdient. Und ausgerechnet an Weihnachten entschließt er sich dann dazu, wegzulaufen, sich einer Gesichtsoperation zu unterziehen und seine Freundin im Stich zu lassen. Ach ja, die war übrigens auch noch schwanger. Yikes. So, und mit diesem Hintergrundwissen schauen wir doch nochmal auf den ach so freundlichen Herr Nakoshi, der in seiner Güte andere Menschen von ihren Homunculi befreit. Zuallererst ist es absolut nicht geklärt, ob Nakoshi diese Homunculi wirklich sieht oder ob es Illusionen oder sogar Wahnvorstellungen von ihm sind. Etwa in der Hälfte des Mangas eröffnet ihm nämlich Manabu Ito, der Medizinstudent, der ihm das Loch in den Schädel gebohrt hat, dass er davon überzeugt ist, dass sich Nakoshi das alles nur einbildet. Und dafür gibt es reichlich Belege. Nakoshi ist ein Mensch, der eine außerordentlich gute Wahrnehmung besitzt. Im ersten Kapitel erfahren wir, dass er durch seinen Gehörsinn und seinen Geruchssinn erkennen kann, ob sein Auto irgendwelche Reparaturen braucht. Kombiniert man das mit einer guten Auffassungsgabe, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass er die Homunculi überhaupt nicht sehen kann, sondern sie aus den Eindrücken, die er in der Umgebung sammelt, einfach selbst kreiert. Als er zum Beispiel auf den Yakuza-Boss trifft, beginnt er damit, über kleine Finger zu reden und das ist gar nicht so abwegig, wenn es um die Yakuza geht. Als er dann bemerkt, dass der Gangster darauf anspringt, geht er weiter darauf ein und durch seine gute Auffassungsgabe wäre er sicherlich in der Lage, auch ohne übersinnliche Kräfte diesen Mann zu manipulieren und dort hinzuführen, wo er ihn gerne hätte. Wir können also nicht ausschließen, dass Nakoshi einfach ein gestörter Mann mit Halluzinationen ist. Außerdem ist Nakoshi auch alles andere als selbstlos. Er hilft diesem Männchen nicht aus Güte, ganz im Gegenteil, er ist ein narzisstischer und arroganter Mann. Jedes Mal, wenn er mit einem Homunculus interagiert, durchlebt er eine Reflexion von einem seiner eigenen Traumata. Bei dem Yakuza-Boss erinnert er sich zum Beispiel an seine Kindheit, als er einen Schulfreund aus Versehen vor ein fahrendes Auto gestoßen hat. Und als er auf eine Schülerin trifft, die aus Sand zu bestehen scheint, erlebt er seine Zerrissenheit gegenüber Frauen aufs Neue. Die Sache ist nämlich, dass Nakoshi nach seiner Gesichtsoperation Frauen aufs Übelste aus- und auch benutzt hat. Er hat sie mit Geld und Geschenken gekauft, hat sie sexuell erniedrigt und mit ihnen gespielt. Es gibt ein sehr passendes Zitat von Friedrich Nietzsche in diesem Zusammenhang. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und so ähnlich verhält es sich auch mit den Homunculi, die Nakoshi in den anderen Menschen sieht. In Wirklichkeit therapiert er sich damit nämlich selbst und sucht sich unterbewusst nur die Homunculi aus, die sich auch in seiner kaputten Psyche spiegeln. In dem Manga gibt es außerdem die Theorie, dass man nur den Homunculus sehen kann, mit dem man auch kompatibel ist. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise magersüchtig seid, würdet ihr höchstwahrscheinlich keinen Homunculus in Menschen sehen, die keine Essstörungen haben. Das ist interessant, es wird sogar noch interessanter, wenn man das mal zu Ende denkt. Das würde nämlich bedeuten, dass potenziell jeder Mensch, also auch ihr und ich, einen eigenen Homunculus in uns haben, aber nur bestimmte Menschen können ihn auch tatsächlich sehen. Der Manga Homunculus beschäftigt sich größtenteils mit dem Thema Identität. Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Daseins? Wo ist mein Platz? Bei aller Kritik am Hauptcharakter Susumu Nakoshi muss man ihn aber auch als eine Art Opfer der Gesellschaft, aber vielmehr als Opfer seiner selbst betrachten. Durch seine Schönheitsoperation und seine Flucht vor seinem alten Leben hat er alles, was ihn als Mensch ausgemacht und definiert hat, hinter sich gelassen. Eine schöne Visualisierung dafür ist das wiederkehrende Panel, wie Nakoshi in fataler Haltung in seinem Auto liegt. Wie ein neugeborenes Baby liegt er im geschützten Bauch seines Kleinwagens. Wie ein Neugeborenes hat er noch keine Identität, er ist noch unbeschrieben. Und diese Lehre frisst ihn auf. Das ist übrigens auch der Grund, warum er sein eigenes Sperma ist. Er versucht durch die Wärme, den Geruch und den Geschmack sich selbst zu spüren. Im Endeffekt ist es mit den Homunculi der anderen Menschen nicht anders. Nur wenn er sie spürt, kann er sich gleichzeitig auch selbst ein wenig spüren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass er das nicht aus reiner Nächstenliebe macht, sondern weil er sich davon erhofft, seine eigene Lehre etwas auszufüllen. Und es funktioniert ja auch tatsächlich. Nach jedem Zusammenstoß mit einem Homunculus geht ein Teil des Homunculus auf ihn über. Sein großer Wunsch ist es nämlich, seine eigene Identität wiederzufinden, da er eine unendliche Lehre in sich spürt. Im letzten Kapitel erreicht er dann schließlich den Zustand, dass er in absolut jedem anderen Menschen das Appel seiner selbst sieht. Selbst fasst er das mit diesen Worten zusammen. Ich glaube, das lässt sich auf zwei Arten interpretieren. Der Autor will uns damit sagen, dass in jedem von uns ein bisschen von dem Charakter Susumu Nakoshi steckt. Jeder Mensch hat mit Identitätsfindung zu kämpfen und jeder hat seine eigenen Dämonen. Oder zweitens, bezogen auf die Handlung, dass Nakoshi bis zum Schluss keinen Ausweg aus seiner Suche nach seiner Identität findet und dieses unstillbare Verlangen damit erstickt, dass sein Geist ihm vorgibt, dass jeder andere Mensch sein Abbild ist und er damit die Lehre, die er in sich trägt, durch die Visualisierung der Homunculi, die aussehen wie er selbst, füllen kann. Dies scheint für ihn auch zu funktionieren, denn er wirkt glücklich. Wobei es ein gelogenes Glück ist, denn er kann es nur empfinden, wenn er die Welt durch sein Auge sieht, mit dem er die Homunculi sehen kann. Im Endeffekt macht er sich bis zum Ende etwas vor. Und das Verrückte ist, er reflektiert das sogar in einem Panel, in dem er sich die Frage stellt, ob er denn jetzt im Himmel oder in der Hölle ist. Das ist aber nur meine Interpretation. Ich bin gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Ab in die Kommentare damit. Natürlich verhält er sich wie ein Arschloch, aber tief in ihm drin ist er ein psychisch schwer kranker Mann mit einem tief sitzenden Trauma. Ich bin kein Psychologe, aber die Erniedrigung, die er von seinem Vater als Kind erfahren hat, als er ihn als hässlich bezeichnet hat, war wohl der Ausgangspunkt für seine späteren Entgleisungen. Nakoshi sucht in seinem ganzen Leben nur noch nach seiner eigenen Identität und erhofft sie durch Anerkennung anderer Menschen zu erhalten. Paradoxerweise ist er aber nie mit einem Zustand zufrieden, sondern braucht immer weitere Bestätigung. Selbst nachdem er sich sein Gesicht operiert hat und er von Frauen umschwärmt wird, reicht ihm diese oberflächliche Schönheit nicht mehr aus. Er sehnt sich zurück zu seiner alten hässlichen Freundin, die die Schönheit seines Inneren gesehen hat. Die gelebte Doppelmoral von Nakoshi ist einfach nur ekelhaft und erreicht ihren Zenit im Finale des Mangas. Nakoshi trifft auf seine alte hässliche Freundin, auch die hat mittlerweile eine Schönheits-OP hinter sich und ist jetzt ein hübscher Mensch. Doch anstatt sich einer wahrhaftigen und gesunden Beziehung hinzugeben, kann Nakoshi nicht aufhören, seine Mitmenschen zu manipulieren und sich und seine gestörte Suche nach der eigenen Identität in den Vordergrund zu stellen. Er entschuldigt sich bei ihr und gesteht seine Fehler ein, aber kurz nachdem sie ihm verziehen hat, kommt er mit seiner eigentlichen Absicht um die Ecke. Er will, dass sie ihn so sieht, wie er ist. Er will, dass sie in sein Herz zieht. Im Endeffekt bedeutet das, dass er von der Person, die ihn immer geliebt hat, trotz seines Äußeren, auch jetzt noch eine Bestätigung dafür haben will, dass er im Inneren kein verkommener, bösartiger und abscheulicher Mensch geworden ist. Tja, aber auch Nanako hat sich in der Zwischenzeit verändert und sie hat diese Fähigkeit einfach nicht mehr in die Herzen von anderen Menschen zu schauen, wenn sie die überhaupt jemals hatte. Aber es gibt Hoffnung, wir wissen ja mittlerweile, wie wir diese Fähigkeit zurückerlangen können. Es ist gleichzeitig so abgefuckt, aber auch so genial. Der Schaft ist tatsächlich die Frau, die er so gedemütigt hat, die ein Kind wegen ihm verloren hat, dazu zu prägen, sich in der Badewanne ein Loch von ihm in den Schädel bohren zu lassen. Danach folgt der Zenit, wenn nicht sogar der Orgasmus an purem Narzissmus, der wirklich unerreicht ist. Die beiden haben dann Sex miteinander und Nakoshi sieht sich selbst in Nanako. Also ihr Gesicht wird wirklich sein Gesicht, nicht metaphorisch, sondern wirklich. Er hat sozusagen Sex mit sich selbst. Gut, warum auch nicht? Der ist ja ein total guter und toller Mensch. Im großen Finale driftet Nakoshi vollends in seine Traumwelt ab und wer hätte das gedacht, er lässt Nanako im Stich, denn sie kann ihm doch nicht geben, was er braucht. Es ist sogar wahrscheinlich, dass sie die von ihm durchgeführte Trepanation nicht überlebt. Das letzte Panel, in dem wir sie sehen, endet damit, dass ihre Wunde an der Stirn langsam anfängt zu bluten und Nakoshi ist schon längst über alle Berge. Ich glaube aber, dass auch Nanako und Nakoshi niemals hätte helfen können. Das kann wahrscheinlich niemand, außer er würde sich ernsthaft einer Psychotherapie unterziehen. Soweit meine Interpretation, es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Aspekte in diesem Manga und aus diesem Grund könnt ihr auch nach diesem Video noch guten Gewissens zu dieser Geschichte greifen und werde noch viel Spaß daran haben. Abgesehen von der Handlung hat der Manga aber auch tolle Zeichnungen zu bieten. Autor Yamato Hideo verwöhnt uns mit extrem realistischen Panels, die die gesamte Handlung noch intensiver machen, denn wir haben das Gefühl, dass sich das alles wirklich so abspielen könnte. Ich hatte aber auch während des gesamten Mangas das Gefühl, dass er ein besseres Händchen dafür hat, Landschaften zu malen oder unbelebte Objekte. Schaut euch mal diese extrem detaillierten und atmosphärischen Landschaften an. Die wirken irgendwie beruhigend, idyllisch. Dagegen wirkt seine Inszenierung der Menschen teilweise wie Fremdkörper. Fast schon überzeichnet und dabei rede ich jetzt nicht von den Homunculi. Herausragend sind außerdem die zahlreichen Close-Ups von Nase, Augen oder Lippen, die er häufig verwendet, um die Emotionen und Reaktionen seiner Charaktere zu verdeutlichen. Vielleicht macht er das aber auch, weil er einen Lippen-Fetisch hat. Weil, mal im Ernst, wieso gibt es so viele Bilder von Lippen in diesem Manga? Zu guter Letzt, und das sind die absolut stärksten Elemente im Manga, ist seine Inszenierung von den Homunculi. Teilweise bizarr, teilweise angsteinflößend und manchmal auch überraschend komisch. Die Bandbreite, wie Yamato Hideo die Verformungen unserer Psyche, die Visualisierung unserer Traumata darstellt, ist einfach nur großartig. Da will ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, lest den Manga und freut euch auf eine Menge skurriler Bilder. An die Albträume, mit denen uns der Horrormangaker Junji Ito verwöhnt, kommen die Panels allerdings nicht daran, das müssen sie auch gar nicht. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann klickt doch mal auf dieses Video hier oben. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Manga Homunculus ist ein wahrer Geheimtipp. Der ist so geheim, dass man den Manga überhaupt nicht mehr kaufen kann, außer bei Privatanbietern. Das liegt aber nicht daran, dass er auf dem Index steht oder ähnliches, die gedruckten englischen Fassungen sind einfach alle vergriffen. Mich begeistert vor allem diese außergewöhnliche Grundprämisse des Mangas, diese komplett neue Idee mit den Homunculi und das alles spielt auch noch in einer sehr realistischen Kulisse. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass die Thematik Identitätsfindung und der Sinn des Lebens Themen sind, die jeden betreffen und damit spricht der Manga absolut jeden an. Das Storytelling hat zwischendurch einige Längen, der Manga bleibt aber bis zum Schluss spannend. Ich sehe Homunculus aber schon als eher anspruchsvoll an, weil die Geschichte sehr viele Ebenen der Interpretation hat und falls jemand einen Manga sucht, den man nebenbei als leichte Kost lesen kann, dann würde ich nicht dazu raten, ihn zu lesen. Der Manga hat übrigens auch nur 15 Bände, den kann man easy an einem Wochenende durchlesen. Wie interpretiert ihr den Comic? Seht ihr das genauso wie ich oder muss man das alles komplett anders interpretieren? Würde mich interessieren, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr eine Idee habt, wie euer eigener Homunculus aussehen würde, freue ich mich auf die Beschreibung in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns kommende Woche beim neuen Video. Bis dahin, auf Wiedersehen! Wusstet ihr, dass der Begriff Homunculus aus dem Lateinischen stammt und so viel bedeutet wie kleiner Mensch oder Menschlein? Nein, wusste ich auch nicht. Wenn ihr mehr von solchen Informationen haben wollt, dann klickt doch mal auf dieses Video oder auf dieses Video oder abonniert diesen Kanal. Es wäre eine Investition in eure Bildung.